Yo, servus Leute und herzlich willkommen. Servus. Zu Kapitel 2 von The Evil Within, Teil 1. Mir denke ich, wir teilen es dann auf beim dritten, vierten, fünften Kontrollpunkt. Kapitel 2, Überreste und mein Kollege spielt natürlich wieder. Ich kommentiere. Und Untertitel haben wir eingeschaltet, das heißt, ihr könnt mitlesen. Also soweit. Wenn es was gibt. Genau, wenn es was gibt. Also, los geht's. Ja, jetzt fahren wir gerade in Gang. Ja. Ich weiß gar nicht, was waren das Letzte? In den Krankenwagen? Genau, das war der Unfall. Was ist noch dran? Jetzt gehen sie weg. So weit, so gut. Hallo. Ja, ich weiß nur ein Traum. Ah, okay. Denk ich jetzt mal. Weiß nicht. Soll ich gerade dir was bringen? Nein, scheißegal. Ah. Ja. Zeitung. Zeitung, genau. Kleiner Clipper. Für alle, die es noch nie gespielt haben, was sie mir gerade eingesangt haben, Clipper, halt vom Kronk den Namen, Kronk sagt auch Clipper dazu. Grünes Zeug, nachher kannst du auch wie so ein Todesstuhl, so ein Schockstuhl, geht was auf den Kopf drauf und da kriegst du neue Fähigkeiten halt durch das Clipper. Ah, okay. Ja, muss man immer wieder einsammeln. Hallo. Hallo. Sind wir wach? Nee, nein. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden sie eigentlich? Nun, sie sind gerade der Einzige hier. Ah, okay, gut. Wichtig. Da kommt die Klinik, weiß nicht. Eine Klinik. Ah, ah. Dieser Ort ist substanziell für sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Sei Psycho, Mann. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Ah, ja, kurz Speicherplatz und fertig. Genut? Ja, jetzt. Jetzt, ja. Ja, fast, gehört so. Gut. Dann muss man immer so speichern, oder? Ja, ich glaube. Ja, da ist der Stuhl. Von dem hat es gar nicht kürzelt. Da ist er. Aber irgendwie, Kuckling sieht man jetzt den Klipper, wie viel man hat. Jetzt kommt sie, glaube ich. Das ist alles in Ord. Entspannen Sie sich. Okay, danke. Bitte, setzen Sie sich. Noch noch. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Ja. Nein. Stopp! So, okay. So, jetzt mal. Genau, jetzt. Das haben wir jetzt halt. So, sehen Sie. Jetzt sind wir vom Brand. Oh, da leuchtet was. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Loll. Willkommen in Spritzeil. Wo bin ich? Drücke R. Also, den rechten Klipper. Na, nimm die einfach mal, vielleicht, dann sind wir uns, ist unsere Klipper. Klipper, wo bist du? Das läuft aber doch mal. Das läuft aber doch mal. Das läuft aber doch mal. Das läuft doch mal. Also, plus 200. Krasser Scheiße. Ah, dann lauf mir einfach mal entlang. Da hin. Ja, mach einfach mal Wege entlang, würde ich einfach sagen. Wenn jemand wo ne Kiste ist. Wenn das ein Weg ist. Ja. Ah, du ne Blutschpeter. Ja. Ja, da, das läuft doch mal. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Oh, da. Da war schön aus. Was sind die? Greife. Ach du Scheiße. Da ist ne Kiste, geh mal zurück. Rechts, da. Rechts, rechts, rechts. Ja, hau die mal hin. Zeig dich da was drin. Um. Clever, jawohl. 500. Ja, 100 war eine krasse Scheiße. Ja. Nein. Ja, dann darfst du es gleich raus an. Ja, kommt glaube ich nicht drüber, oder? Äh, da ist das Licht. Geben wir einfach mal hin. Was ist denn Licht? Ja. Oh da, kann ich aufnehmen. Jawoll. Na, kein Dank für ihn. Hey. Ja, ich schweige. Hey, Infizierter. Hey, Infizierter. Hey, Infizierter. So, ich schweige. zum glück ist er noch ein zum glück ist er so leise, zum glück ist er so leise da runtergekommen der vernascht da gerade etwas keine Frage ob er mitessen darf also nur 6 Patronen mal gucken ob du im Sohn so ne kannst kann die wurde entdeckt die ziehen wir L2 ziehen denke ich kannst ganz wenig übernacht nachher warte ziel im Fall das erste Mal dann ins Vordergrund geh nochmal weg und ziehen wir den nächsten Vordergrund warte der Ziel in jedem Fall direkt auf den Ländleid fiel mein Gott Karmony mein Gott Karmony Lecker Karmony 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 das Karmony Karmony verbrechen ich bin polizist kann ich dir helfen dir helfen scheiße wie bringe ich dich denn nur ins krankenhaus 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 verdammt noch mal ach da machen wir nicht laufen guck mal wie wir es nicht tun kann ja kann man ja nicht ohne drunter durch ja was ist das gegenseitige fallenteile werden benötigt um bolzen für kwein am brusther zu schweigen also ja geil das licht ist schon mal an jetzt ja jetzt ja l1 halten sprinten also guck mal, der Rest ist auf dem Wagen in Kitschdach, ich weiß nicht, ob ich das falsch sah Streichhör zu benutzen, ja, den Boden, den Kipp ja egal, guck mal, ob du da auch kannst clever da ist clever 300 Streichhör zu zünde gleich an ah ne, muss man alle anzünden, ohne dass die wieder nicht erwacht wird oder da brauchen wir einfach mal weiter kann man auch schneller rein? mhm probier's nicht oh Gott, bin ich gerade erschrocken, ey klibber klibber ja, Junge, sie ist weg egal, braun nicht, scheiß egal da muss man die ja latter nur da wieder reingehen mhm sag mal rein jüngmal ich glaub da kommst du wieder nur in das Krankenhaus zum verbessern halt ach schon wieder hier was erwartet wenn du in den spiegel gehst ich verliere den verstand geht in den spiegel und wundert sich dass er schon wieder hier jetzt verbessern wir einfach noch kurz und zu sagen mich was hier der böse traum ist 1300 aber erst mal ficken lebensanzeige kann man ja du hast noch mehr gehen wir mal fitness du warst ganz unten bei spritzenwirkung gehen wir runden die gläufe er eins ganz schaubürfen ich bringe nach die zwei für 500 dann verbrauchen wir zu viel genauigkeit noch 500 jetzt fassen wir einfach wieder raus viel mehr können wir in den mann also gut ja jetzt die kann man jetzt wieder zurück also wissen wir jetzt ist eigentlich das Prinzip gut spiegel wo leuchtet innen guck da kann man immer wieder rein das ist wie ein Quartier einfach immer nur zum verbessern ja man lasst jetzt schneller die Tür raus ich glaube das geht wenn du schnell xx oder so drückst dann gehts ja kann sprinten ja wie viel Ausdauer der hat das ist ja schleich angriff er ein zu lieb er ein zu lieb bunt Krone wieso immer schnell ob sich die städte oder gar nicht so um das zu schauern wenn es nicht warte Oh nein! Schießen ab! Mit Glück kann man so lange rennen. Du hast eine Statue da oben. Automobilie, geht es? Oh, Schlüssel. Sehr gut. Auch bei solchen Games einfach, dafür ist in jeder Statue, die man findet, ein Schlüssel drin ist. Hoffentlich kommt jetzt mal ein Kontrollpunkt. Gut, genau. So und jetzt? Okay, hallo. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ja. Ich hab keine Ahnung wo. Geh nicht weiter! Ich hab keine Ahnung wo. Ich hab keine Ahnung wo. Ja. Ich hab keine Ahnung wo, nicht mehr. Das ist hier. Ja. Ich hab keine Ahnung wo. Ich hab keine Ahnung wo. Guck, du visierst allerdings den nächsten Gegner vor dir, solange du die Taste gedrückt hast. Jetzt ist Kontrollpunkt. Also machen wir kurz Pause. Mach kurz Pause. Mach kurz Pause. Genau. Also, Teil 1. Ja, dann geht es aber ja. Also aus. Ah ja. Egal, sagen wir kurz. Also Teil 1 von Kapitel 2. Wir wissen jetzt nicht, wie lang es noch geht. Verlinke jetzt hier oben in der Mitte Teil 2. Schaut euch den auch an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen uns ja dann nicht mehr vorstellen. Es geht dann einfach gleich weiter. Also gut. Ciao.